Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Okay, cool. Würdest du meine Telefonnummer haben? Oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich hab meistens so einen Fünfschluss. Hören Sie, ich glaube, das Beste ist, wenn Sie jetzt einfach viel Zeit mit Ihrer Tochter verbringen. Und zwar Zeit, in der Sie nicht an irgendwelchen Infusionen angeschlossen ist. Aber ich muss doch was tun. Das müssen Sie doch verstehen. Frau Wolf. Der Ethikrat hat abgelehnt, Kinder unter zehn Jahren in meiner Studie zu behandeln. Und zwar aus gutem Grund. Ich hab bereits ein Kind verloren. Zweites Mal übersteh ich das nicht. Und dann... Und dann... ...sometimes es macht mich mich zu cry. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein... ...es Gefühl ich kann nicht erklären. Alô, Papa. Hallo?